Ja, hallo zu Udos Talk. Ich bin mal wieder auf Sendung. Lange, lange ist es her, aber die Zeiten werden immer härter. Und ich bin in meinen Recherchen auf eine super spannende Geschichte gestoßen und ich begrüße recht herzlich den Frank, Frank Jacob. Hallo Frank. Hallo Udo. Ja, wir hatten ja schon mal das Vergnügen, miteinander zu sprechen, damals über deinen Film mit Packing for Mars. Ja, genau. Ein super spannendes Thema, super spannendes Thema. Und jetzt sind wir ein paar Monate, fast schon ein Jahr ist es ja weiter. Und ich bin auf etwas gestoßen. Einfach so, mir hat irgendeiner was über KI erzählt und was die alles kann und dass man da Texte schreiben kann. Und ich habe das zuerst so ein bisschen abgetan. Zwei Tage später plötzlich komme ich auf Looking Glass. Und dann habe ich gedacht, was ist das denn? Dann habe ich gedacht, guckst du einfach rein, wie das manchmal so ist. Du gehst da rein und dann plötzlich guckst du das und denkst, boah. Und dann hat alles in mir gerufen und ich habe gesagt, Hammer, was der Frank da erzählt. Frank, du bist ja Filmemacher, aber ich sehe dich jetzt immer mehr einfach als Bewusstseinsforscher, der letztendlich als Visionär auch gilt, der schaut, was hat die Geschichte getan, was war in der Geschichte, was ist in der Zukunft. Und dann stößt du immer wieder auf Sachen, die umwerfend sind. Und ich bin selber ja ziemlich bodenständig. Also ich versuche, sehr nah an die Realität reinzukommen, an das, was Menschen verstehen können, wo sie sagen können, boah, das ist ja ein Hammer. Und erzähl doch einfach mal so ein bisschen, wie bist du auf Looking Glass gekommen? Was ist da passiert? Ah ja, das war eben so ein Ding, wo ich überhaupt nicht drauf, ich habe das nicht erwartet, in dieses Thema einzugreifen. Ich war eigentlich am Forschen, aber auf ein ganz anderes Thema. Und ich kam auf irgendeinen Telegram-Channel von jemand, einem Journalist, der gerade in der Ukraine war. Das war am Anfang des Ausbruchs des Ukraine-Kriegs. Und ich bin, ja, irgendwie durch seinen Telegram-Kanal bin ich auf, suchte ich irgendein Video und störe bei da so runter und dann sehe ich plötzlich etwas, das sagt, Guardians of the Looking Glass. Und für mich ist das sofort rausgestochen, weil ich eben schon über Project Looking Glass etwas wusste, weil wir eben im Laufe von den, also Tony Medenford und ich haben ja diesen, wie du schon erwähnt hast, diesen Film Packing from Mars gedreht. Ja, ja. Und habe es dann irgendwie wegarchiviert. Und dann plötzlich, zehn Jahre später, fast forward, 2022 und ich stoße auf diese Botschaft, Guardians of the Looking Glass und denke mir, was ist denn das jetzt? Und dann komme ich auf einen YouTube-Kanal, wo ein paar Videos drauf sind. Und das sind nur Textvideos, da wird eine Computersprache, also eine Computerstimme spricht die Texte. Und in diesen Texten wird erzählt, dass diejenigen, die diesen Kanal erstellt haben, und da war zu dem Zeitpunkt vielleicht 70 Views drauf, da war nichts raus, weil gerade am Anfang, dass sie alle, also dass sie beteiligt waren an Project Looking Glass. Und sie fingen an, über Details zu sprechen, die ich wusste, haben gestimmt, also mindestens waren übereinstimmend mit dem, was ich über Project Looking Glass kannte. Nur, sie haben eine neue Botschaft hinzugefügt und mehr Informationen ins Spiel gebracht und erzählt über, wie sie jetzt gerade dringend gewisse Informationen hinausbringen müssten, weil sie damals, als sie beteiligt waren an dem Projekt, Sachen und Dinge gesehen haben über Zeitlinien. Besonders eine negative Zeitlinien, die sie wirklich schlecht getroffen haben und sie wollten das an das Publikum bringen, aber das durfte man nicht. Und dann haben sie sich entschlossen, irgendwann, irgendwie diese Informationen hinauszutragen. Und sie haben gesehen, in diesem Ablauf, diese Zeitlinien, und man müsste wahrscheinlich ein bisschen über was Project, was ein Looking Glass eigentlich ist, erzählen. Aber im Kurzen gesagt, kann man mit Looking Glass, wie das schon so sagt, kann man Zeitlinien passiv betrachten, die schließen so vorbei, so Zeitströme. Und in diesen Zeitströmen haben sie gesehen, dass in gewissen Jahrgängen eine zweite Zeitlinie abgespaltet ist, wo die Möglichkeit entstanden ist, dass man etwas gegen diese negative Zeitlinie bewirken könnte. Darf ich dich kurz unterbrechen, gerade für die Zuschauer, das ist jetzt im Einstieg ziemlich wichtig. Also Looking Glass ist ja übersetzt so etwas wie Glaskugel. Und so wie ich das Projekt verstanden habe und auch die Technik und so weiter, man hat quasi etwas erfunden, wo man anhand einer Zeitschiene, also die Timeline, die du immer wieder erwähnst, sehen kann, was wird passieren. Ist das richtig? Ich korrigiere mich da. Ich lasse dich das gleich nochmal erzählen. Ich möchte es nur ein bisschen, damit es die Leute noch genauer verstehen. Man hat aber auch gesehen, dass es plötzlich zwei Zeitlinien gibt. Steig du doch da nochmal ein, damit wir das wirklich so von der Basic den Leuten erklären. Es ist sowohl ein technisches Gerät, aber es ist auch etwas, dass durch, also die Mechanik ist nur ein Bestandteil von dieser Technologie. Der andere Bestandteil ist, dass diese Technologie in der Nähe von gewissen Energieportalen stehen muss. Das nennen die Stargates oder Sternentore. Die gibt es überall auf dem Planeten übrigens. Es gibt so heiße Stellen, so Energieställe, Energieplätze, wo dieses Phänomen von Leuten, die vielleicht sensibel sind, wahrgenommen wird. Und anscheinend, dieses Gerät muss in so einer Stelle stehen, um aktiviert zu werden. Und ja, es ist keine Glaskugel, sondern es ist eine Plasmakugel. Und es ist, wie gesagt, es ist ein Phänomen, wo man diese Zeitlinien betrachten kann. Und die Leute, die dieses betrieben haben in diesem Projekt, haben eben gesehen, es sind nicht in Stein gemetzelte Zeitlinien, aber es sind Wahrscheinlichkeitszeitlinien. Also man sieht, was zur größten Wahrscheinlichkeit entstehen wird. Und man sieht auch, was abgespaltene oder andere, vielleicht schwächere Möglichkeiten es auch gibt. Und die Leute, die es betreiben, haben natürlich den Vorteil, wenn sie schon sehen, dass die Tendenz in eine Richtung geht und sie die Tendenz nicht wollen oder mögen, haben sie die Möglichkeit, in dem Augenblick, in dem sie jetzt sind, in die Geschehnisse des Augenblicks einzugreifen, vielleicht Personen zu beeinflussen oder Informationen in den Informationsstrom des Mainstreams oder wie auch immer einzufüttern, um dann zu sehen, wie das dann die Zukunft wieder beeinflusst. Und das läuft in Loops. Es ist interessant, wie das Gerät überhaupt funktioniert. Und nur dadurch, dass sie darauf gekommen sind, dass sich das Ding immer wieder wiederholt. Und sie haben angefangen zu filmen und mit Computers Keywords einzugeben, damit sie dann natürlich feststellen konnten, wie wir das jetzt tun, was für eine Wirkung hat das, wie ist das anders von das, was wir schon aufgenommen haben und gekeywordet haben. Und so haben sie angefangen, mit Paradoxen und anderen Zeitlinien zu arbeiten. Sie haben eine ganze Menge eigentlich von Versionen von Zeitlinien ins Läden gerufen und alle dokumentiert. Und das ist, wo dann die ersten Whistleblowers rausgekommen sind und haben gesagt, hey, wir waren beteiligt, wir haben das gesehen und das und das ist das Gerät und das und das passiert. Und so ist es rausgekommen. Ja, also das ist hochspannend, denn als ich das Thema, ich habe es eingangs erwähnt, mit der KI recherchiert hatte, da muss es einen Großversuch gegeben haben, wo Tests, sind Tests gelaufen und man hat die KI getestet. Man kann ja da mittlerweile drei Wörter eingeben und sagen, ich brauche einen Text für eine Werbekampagne und plötzlich haut der einen Text raus, wo du denkst, wow, Musik kann man mittlerweile auch. Du gibst einfach fünf Worte zum Thema Liebe und Schmerz und den Rhythmus vorgeben und dann haut die KI dir innerhalb von ein paar Stunden einen supergeilen Song raus. Irre. Jetzt gab es doch Tests. In der Medizin wird es ja auch schon groß verwendet und man sagt, dass die sehr, sehr genau sagt, was, wann, wie, wo zu tun ist, weil die eben alle Informationen sammelt aus der ganzen Welt, von allen Top-Professoren und dann versucht die KI, das Richtige zu tun. Was also eine Mehrheit, also vielleicht ist es demokratisch oder was weiß ich, eine Mehrheit sagt, das ist das Beste, dann such die KI raus, was das Beste für dich ist. Jetzt gab es einen Großversuch, so meine Recherche, wo die gecheckt haben, was passiert denn in der Zukunft mit der Menschheit, mit der Welt und so weiter. Und jetzt hat diese KI all die Dramen irgendwie wohl rausgeschmissen, also gezeigt und plötzlich hat die KI aber gesagt, aber die Menschheit wird im strahlenden Licht erscheinen und Bewusstseinssprung und was weiß ich nicht alles. Und in dem Moment haben Microsoft oder IBM, einer von beiden, haben sie den Versuch zurückgezogen und gesagt, wir sind noch nicht so weit, das so weit zu sehen. Und das hat mich so fasziniert, dass das dann plötzlich auch in dem Looking Glass ähnliche Abläufe gab, dass also bestimmte Kräfte versucht haben, das so zu beeinflussen, dass genau das für die Menschheit nicht rauskommt. Ja, das kann man so sagen. Also du redest jetzt wahrscheinlich von Chat, GBT und andere, also künstliche Intelligenzprogramme und Experimente und Algorithmen, die jetzt gerade von Google und Microsoft programmiert werden. Da gibt es wirklich, da kommt etwas auf uns zu. Das ist ein Subthema. Also du weißt ja, ich mache ja Vorträge und in letzter Zeit mir sehr, besonders viele. Und ein großes Thema eben mit der Zeitlinie hat mit künstlicher Intelligenz zu tun, weil das mit Transhumanismus was zu tun hat. Und diese Gruppen, also diese Firmen, die bauen eine KI zusammen und eine KI ist ja kein erstens selbstbewusstes, eine selbstbewusste Kreatur am Anfang, sondern man muss sie mit Informationen ausstatten. Und diese Informationen, und das ist ein großes, auch ein großes Thema, die Information, die eine KI hat, um zu lernen, die wird vorher schon gefiltert. Das heißt, es gibt eine Curation, das heißt das auch für Englisch, das heißt, es wird aussortiert, was für Informationen diese KI zu geben ist. Und diese KI, wenn sie dann eingesetzt wird, sucht sich dann alles basiert auf die Information, von der sie programmiert wurde. Und so kann man, und eines davon heißt Project Jigsaw, und da hat man schon großen Erfolg, indem man auf, you know, Social Media eine KI einsetzt und sie schon, was man nennt, als Pre-Bunking tun kann. Sie kann schon vor, also du kannst zum Beispiel, wenn du jetzt einen Kommentar eingeben willst, kannst anfangen, deinen Kommentar zu schreiben. Und bevor du sogar überhaupt Enter oder Eingabe-Taste drückst, auf Basis von deiner Wortwahl springen schon Fenster hoch von der KI und sagen, das, was du jetzt gerade sagst, ist eine Verschwörungstheorie oder das, was du jetzt gerade sagst, könnte den und diejenigen beleidigen. Und das würde dann dazu führen, dass viele von den Chats springen würde. Das können wir nicht erlauben. Und die fangen dann richtig an, deine Wahl und deine Wortwahl und deine Eingabefähigkeit zu beeinflussen und zu sensieren. Und das ist die Richtung, in der es führt. Und wenn wir so weitermachen, dann ist die KI-Welt, auf die sie jetzt gerade irgendwas aufbauen, nur das, was zertifiziert wurde als authentisch echte Information. Und du kannst dir schon mal gut vorstellen, was für Informationen dann als nicht authentisch eingestuft wird. Zum Beispiel, es wurde jetzt gerade Homöopathie von Wikipedia als Pseudowissenschaft eingestuft. Und deine KI denkt natürlich, das ist nur Pseudowissenschaft. Und deshalb würdest du nie Informationen finden über Homöopathie, wenn du auf der Suche bist, irgendwann in der sehr nahen Zukunft. Und es führt sich dann zum Punkt, wo du keine Suchergebnisse mehr bekommst und keine Informationen mehr bekommst, die nicht genehmigt wurde durch die KI, die programmiert wurde, die jetzt gerade entsteht. Und Bilder werden auch erzeugt. Und man muss jetzt so vorsichtig sein. Und die Looking Glass-Leute, die haben sich Looking Glass Guardians genannt, übrigens, das haben wir weggelassen. Aber sie haben uns über diese dunkle, düstere Zukunft detaillierte Informationen gegeben. Und ich sehe das als äußerst wichtig. Viele haben geglaubt, vielleicht ist das ein Fake oder ein PsyOps und so weiter. Aber was mich interessiert hat, war, dass die Botschaften, ich habe sie überprüfen können. Und ich habe sie im Laufe eines, ich habe ja ein Webinar erstellt und ich habe im Laufe meiner Forschungen, wenn man etwas nicht hundertpro beweisen kann, dann ist der einzige Weg, um etwas zu prüfen, ob es authentisch ist, zu sehen, ob es zwei oder drei andere Quellen gibt, die das bestätigen können. Und ich bin da auf fruchtbaren Boden gestoßen. Und KI ist ein großes Teil davon, oder? Ja, das ist genau das Ding. Und als ich da reingegangen bin und habe auch dein Webinar angeschaut und habe dann auch verschiedentlich recherchiert, weil ich ja auch nicht immer alles glaube, guckt da auch, wo gibt es Bestätigung. Und dann kamen plötzlich überall, kamen diese Bestätigungen. Und bei mir ist es so, dass ich auch so meiner Intuition ziemlich gut vertrauen kann. Und da war ich sofort bei der Sache, weil, gehen wir mal auf das Looking Glass noch intensiver ein. Wie kann man sich das vorstellen? Also mein Gefühl ist, man kann ja, also ich sage jetzt mal Karma, man kann ja aus dem, was geschieht, ableiten, was übermorgen passiert, wenn das und das so und so weitergeht. Sprich, das wird irgendwo in der, ich sage jetzt mal Matrix oder wo auch immer, gespeichert. Und irgendwie kann man die Informationen rausziehen und kann dann gucken, wenn ich das so und so mache, passiert das und das in der Zukunft und so weiter und so fort. Kann man das so den Leuten irgendwie erklären, wie Looking Glass auch funktioniert? Also das ist eine eigentlich ziemlich gute Einschätzung. Der Unterschied ist, dass wir in unserem persönlichen Leben durch unsere Logik und ein bisschen Menschenverstand Pläne und Durchsetzen von gewissen Ideen oder Dinge, die passieren werden, in naher Zukunft etwas einschätzen können. Der Unterschied zum Looking Glass ist, dass die das über lange Zeit sehen. Also dass die Prognosen wirklich Auswirkungen haben auf viel größere Skala und viel mehr einen Impact haben auf die gesamte Zeitlinie. Und deshalb nennen sie das auch Zeitlinien, weil wir sind ja alle, jeder von uns, auf unserer eigenen Zeitlinie, die wir von unseren verschiedenen Informationsquellen und unsere Entscheidungen, unsere Emotionen und was uns halt tagtäglich passiert, die werden so geprägt. Aber im Ganzen und Großen, damit wir mit anderen Leuten kommunizieren und interagieren können, haben wir eine Art Konsenszeitlinie. Und diese Konsenszeitlinie hat Tendenzen, die auch ein großes Bild sind. Also große Dinge, große Geschehnisse in der Welt, die wir alle akzeptieren und zusammen wahrnehmen, wahrnehmen, das sind die Dinge, die uns dann natürlich in unserer einzelnen lokalen Gesellschaften auch und unsere Handlungen beeinflussen. Und deshalb ist halt, wenn man sieht, dass man jetzt etwas durchsetzen will, jetzt sagen wir mal Transhumanismus, und man hat den Vorteil, dass man über 20, 30 Jahre sehen kann, ob etwas vor allem dagegen wirken würde und die Pläne auseinanderbringt, dann kann man Sachen tun, um die Wahrscheinlichkeiten der Gegner zu minimieren und die Wahrscheinlichkeit von seinen eigenen Vorteilen und Wahrscheinlichkeiten zu vergrößern. Und so wird das eingesetzt. Ja, wie kommen wir denn dazu, dass die Kräfte, die dieses Looking Class initiiert haben, wie kommen die dazu, das zu ändern? Was ist es, gibt es ein Ereignis oder irgendwas in der Zukunft, wo die gesagt haben, nee, das wollen wir so nicht, das machen wir jetzt mal ganz anders, weil das spielt uns ja besser in die Karten, wenn wir es so und so machen. Ich meine, ich sage das so lapidar, aber wir sehen ja gerade die Ereignisse in den letzten Jahren, wir sehen, was da draußen los ist, ob das diese Impfthematik ist oder ob das Corona ist oder ob dieses Aufdecken ist, wo die ganze Menschheit eigentlich gerade in Angst und Schrecken letztendlich ist. Ja, also das Impfthema ist ein großes Bestandteil davon, weil eben das in den letzten Jahren, in der letzten Generation, könnte man sagen, sind die, das, was in den zwei Jahren passiert ist, während wir diese Lockdowns und all diese Sachen erlebten, das waren so eine Art, das waren solche, die hatten so einen großen Einfluss, was da passiert ist, dass es die ganze Gesellschaft auf dem ganzen Globus stark in eine Richtung beeinflusst und gelenkt hat. Also das ist etwas, das mit Hilfe, könnte man sagen, von Impfpanik, Viruspanik und so weiter, kann man sehr gut, also vor dem gab es, was hatten wir vorher, wir hatten Terrorismus. Der Terrorist könnte da stehen, du könntest irgendwo angegriffen werden, eine Bombe könnte gezogen werden, solche Sachen. Und das sind Sachen, die man einsetzen kann, um Leute in einem Angstzustand zu bringen. Und Angst ist auch ein sehr wichtiger Bestandteil. Weil wenn die ganze Gesellschaft in einem Angstzustand ist, kommen sie nicht drauf, sich zu entspannen und Entwicklungen herzuleiten, die zu einer positiven Zeitlinie führen könnten, sondern sie handeln immer nur von der Defensive und auf Basis von Panik. Und da kann man nicht wirklich gescheit denken, da kann man nicht richtig ruhig bleiben, da kann man sich nicht in Fassung bringen und vor allem will man da mit keinem anderen zusammenarbeiten und das war ja wirkungsvoll wie nie, wenn man wusste, man kann nicht einmal seine Großmutter oder Großvater mehr besuchen, weil man würde sie ja töten. Also es gibt ja, es war ja genial, wenn man es so sehen will, als Methode, um die ganze Gesellschaft in die Irre zu führen. und die Timeline dementsprechend weiterhin uneingeschränkt in der Richtung zu führen, wo sie wollen. Und da gibt es natürlich auch Organisationen wie die WEF zum Beispiel, die ganz konkret auf diese Zeitlinie hinsteuern und die wollen nicht, dass da nichts dazwischen kommt. Das muss man schon verstehen, weil wir könnten ja dazwischen kommen, wenn wir maßenhaft handeln. Aber wenn wir in totaler Panik und Verwirrung und Angstzustand sind, dann natürlich minimieren wir den möglichen Schaden, den wir eigentlich eine negative Zeitlinie zurichten könnten, wenn das Sinn macht. Ja, also wir kennen das ja, echte Großereignisse, die die Welt weltweit vor den Fernseher zieht und sagt, oh mein Gott, das gibt den bleibenden Eindruck. es beeinflusst auch das Gehirn der Menschen. Es gab ja da einen Test, den der Daniele Ganser ja oft gemacht hat, hat gesagt, schließen Sie mal die Augen. Und dann hat er Geschichten erzählt und hat er die Leute gefragt, was für ein Bild haben Sie jetzt? Und man hat immer das Bild von einem dunkelhäutigen Menschen mit einem Bart, langer Bart und so weiter. Das waren immer die Bilder, die erzeugt wurden und das passiert ja subtil. Und hat er dazu gesagt, sehen Sie, und das stimmt ja nicht, aber das wird für Sie ins Bewusstsein gerufen durch solche Ereignisse, die initiiert sind, die teilweise False Flags dann letztendlich sind, die die Leute in die Irre führen, aber vom Bewusstsein her dort reinsteuern, wo die Menschen eigentlich gar nicht sein wollen, aber letztendlich unterstützen sie damit die negative Timeline. Und das ist eigentlich auch der Punkt, der mir so wichtig in unserem Gespräch ist. Unser Bewusstsein steuert ja das, was kommt. Wir sind Schöpfer der Realität. Und anscheinend gibt es Mächte, will ich es jetzt mal vorsichtig sagen, die einfach eine bestimmte Timeline haben wollen, ihre negative Timeline, die für die positiv ist, aber für die Masse der Menschen negativ. Und wenn wir es wüssten und in der Masse handeln würden, könnten wir den Kipppunkt erreichen, um unsere Zukunft, die wir hier, ich hab's ja hier, in Liebe, Harmonie, Mitgefühl, alle in Fülle, in vollständiger Gesundheit und, und, und. Wenn wir das schaffen, dann machen wir das auf unserer Ebene und die versuchen aber schon seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten wahrscheinlich, ihre Linie durchzusehen mit ihren Möglichkeiten. Ist das so grob richtig zusammengefasst und steckst ja da viel tiefer drin? Ja, das könnte man so sagen. Das hat mit, zum einen hat Technologie etwas dazu zu tun und je mehr, je moderner und je mehr Technologie die Leute, die diese Zeitlinie realisieren wollen, zur Verfügung haben, je effektiver sie sind, uns zu, in diesen Angstzustand zu bringen, wo wir eben nicht konkret und richtig handeln oder überhaupt uns nichts einbilden, was positiv sein könnte und das Looking Glass war eines so einer Technologien, aber man kann auch sagen, dass es gibt ja, wie du das ja schon erwähnt, False Flag Operations und vorher gab es ja 9-11, das waren alles so und vor dem, das war ja das Pearl Harbor, you know, von der modernen Zeit und Pearl Harbor war ja wieder so ein Ding, man weiß ja jetzt, dass FDR schon vorher wusste, dass die da einen Bombenattack machen würden, das war, das kommt alles raus und man sieht in der Geschichte, dass gewisse Momente in unserer Geschichte von Leuten manipuliert wird, die dann richtig große Änderungen über Langzeit aktivieren und Pearl Harbor war so eins und 9-11 war so eins, überhaupt, der Ausbruch des Ersten Weltkrieges war schon vorher verhandelt oder ausgearbeitet oder manipuliert und in die Wege geschubst und dann noch am Vorgehessen gleich mal der Zweite Weltkrieg und egal ob hier in Deutschland ein Wohlstand existierte und Leute Frieden wollten, haben sie das so hingekriegt, indem sie mit ihrer damaligen Technologie war die Medien, sie hatten Kontrolle über die Massenmedien und die haben sie immer noch, aber damals hatten wir noch kein Internet, wo wir uns mindestens so austauschen konnten, es war eine Schlagzeile in New York Times oder in so einer großen Zeit, London Times, wo dann die Wahrheit stand, die Leute haben das akzeptiert, sie haben niemals auf den Gedanken gekommen, dass da Manipulation hinter den Kulissen sein könnte, das wissen wir erst jetzt, jetzt in einem gewissen Sinn bin ich ja auch teilweise ein bisschen Bewusstseinsarchäologe geworden, weil ich gehe jetzt zurück in die Zeitlinien und ich sehe Abschnittspunkte und du hast es ja im Webinar sicher gesehen, ein paar von denen und da tritt man natürlich auf gefährliches Terrain rein, weil man sieht, wie gewisse historische Momente komplett manipuliert wurden, obwohl es komplett nicht gestimmt hat, aber dadurch, dass diese Technologie damals den Medien unter ihrer Kontrolle war, haben sie das durchgepusht und wenn man dann einen Krieg verursacht, so groß wie einen zweiten und vor dem den ersten Weltkrieg und dann kamen noch Vietnam und Korea und so weiter, dann hat man erstens mal viele Jahre Zeit, um die Gesellschaft auseinander zu brechen und außerdem man nimmt die jungen Menschen, die gerade in der Welt hochkommen und ihren Eindruck und ihre Einflüsse in die Welt hineinleiten wollen, man nimmt sie von einem gesunden, relaxten Zustand, wo sie lernen und steckt sie in einer Krise hinein und prägt sie somit und das Zweite ist, dass sie natürlich mit der also ein Krieg kostet ja Geld und das ist das zweite große Technologiemittel, das sie schon längst haben, wo sie dann Geld benutzen, dass dann die gesamte Gesellschaft im Sinn von einem Staat, der kein Geld hat, muss sich das Geld irgendwo herholen und dann gibt es halt Quellen dafür und diese Quellen wissen das und deshalb wissen sie, dass sie durch die Macht über das Geld und dann später das Zinsengeld die Kontrolle über die ganze Gesellschaft ausführen können und wenn dann die Überlebenden aus dem Krieg zurückkommen sind sie schon geistig traumatisiert worden und dann landen sie wieder in der Gesellschaft die momentan pleite ist und sich wieder aufbauen muss und dann sind sie erstmal so beschäftigt bis dann der nächste Krieg kommt das ist so ein Zyklus den kann man beobachten und wenn man diese Archäologie Bewusstseinsarchäologie wie ich sie beschreibe tut dann sieht man diesen Zyklus jetzt ist es natürlich so da müssen wir immer so ein bisschen vorsichtig sein wir können diese Dinge noch irgendwie greifen und auch verstehen aber der Normalbürger der glaubt ja zunächst mal das was im Geschichtsbuch steht weil das hat er ja so gelernt der hat ja im Moment sehen wir ja auch schon das Problem über das Thema Impfungen im Ukraine Konflikt und wir sehen was wir ja sehen ist dass Wahrheit zur Lüge wird und Lüge wird zur Wahrheit gemacht und es wird alles verdreht aber genau das so scheint es mir wird gerade wirkt wie so ein Beschleuniger für das Bewusstsein dass die Leute immer mehr verstehen Moment die haben doch jetzt drei Jahre das und das und das erzählt und jetzt kommt plötzlich raus das ist alles gar nicht stimmt ob das die Lockdown Files sind oder jetzt die Pfizer Files die Twitter Files und alles kommt raus heute hat Herr Kubicki hat jetzt gepostet Moment was ist hier los da erzählt ein Gesundheitsminister jetzt plötzlich gestern in den Tagesthemen oder im ZDF heute schon mal ja dass es ja auch Nebenwirkungen gibt und dies und das und jenes und er war doch der der gesagt hat nein das gibt's nicht also da ist was im Busch aber wir sind noch nicht so weit wir sind noch nicht so weit und wir müssen die Leute wahrscheinlich entweder also ich bin ja ein Typ fürs Langsame ranführen aber es gibt natürlich auch Menschen die sagen denen müssen wir das vor den Latz knallen damit sie es kapieren aber da glaube ich nicht dran weil ich bin schon sehr lange auch in Bewusstseinsarbeit drin die Programme sind so straff verschaltet hier oben das muss sich langsam lockern wir wissen ja wie schwer das schon ist sich selbst also die Leute sind ja früher auf Seminare und Workshops gegangen um sich selbst zu verbessern und das war ja schon schwer genug jetzt stülpt man da drüber stülpt man noch Narrative wie diesen Konflikt dann die letzten drei Jahre und immer mehr und da kommt doch nicht mal zu sich selber und genau das ist ja das was wir verstehen müssen dass die andere Seite genau das weiß wie Mensch funktioniert und im Endeffekt ist dort lass es 100.000 200.000 Menschen sein die aber für das gleiche Ziel stehen die ihre Rituale machen die selber klar ihre Revisionen haben und die werden Realität weil sie zusammenhalten und das ist das wozu ich aufrufe wir müssen unsere Vision entwickeln der Zukunft und dann müssen wir gemeinsam egal ob links rechts unten oben sondern als Mensch wie können wir das gestalten so dass wir in unsere Richtung gehen und deswegen fand ich das so geil weil ob das KI war oder Looking Class es war alles geht immer aufs selbe hinaus es gibt eine Timeline wir sind Schöpfer unserer Realität die anderen wissen auch sie sind Schöpfer die wissen aber besser wie es geht sie machen es besser und wir machen das im Einzelfall und deswegen möchte ich auch dass solche Videos gemacht werden dass wir das immer weiter verbreiten ja so das Wichtige hier ist für mich dass erstmal wir können natürlich alle nicht die gleiche Vision haben von der Zukunft das ist sowieso unmöglich aber das was wir alle gemeinsam haben können ist wir können uns sagen ich lasse mich jetzt das lasse ich mir nicht mehr antun also ich werde mich nicht mehr versklaven lassen mental ich werde mich nicht mehr einschüchtern lassen und den Strich den ziehe ich hier und ab dem Punkt also man muss wirklich würde ich sagen oder muss man muss gar nichts aber man sollte eigentlich zu sich selbst ehrlich sein und sagen wo habe ich mich kompromittiert wer bin ich denn eigentlich ich bin eigentlich die Wahrheit die jetzt rauskommt wir sind ja alle Schöpferwesen Gott mit einem kleinen G wenn man will und wir haben die Möglichkeit unsere Welt zu schöpfen du hast ja schon gesagt wir kreieren und gestalten unsere Zukunft Leute sagen Gedanken machen deine Realität aber ich sehe das ein bisschen anders ich sehe Emotionen machen deine Realität und das ist eigentlich wissenschaftlich schon hinterlegt allein Gedanken zu haben über etwas wird es nicht herleiten aber die Emotionen dazu zu stecken dann hat man viel mehr Möglichkeit und deshalb es geht es um wirklich wenn man solchen Gesundheitsminister wie du erwähnt hast und seine Aussage sieht dann wird man natürlich zuerst mal vielleicht wütend und dann hat man immer diese Krise wo man denkt also dann ist man in dieser Wut drin und man hat diese Energie und was macht man mit dieser Energie man kann in dem Augenblick entscheiden genau was man mit dieser Energie will und wenn man auf einem gewissen Bewusstseinspunkt gekommen ist so eine Art Übung wenn man sich kennt wenn man weiß wer man ist oder mehr weiß über wer man ist dann kann man erkennen so ich bin jetzt in diesem Wutzustand und ich kann jetzt handeln aus diesem Wutzustand entweder handele ich indem ich jetzt zurückschlage oder ich sage weißt du ich nehme mir die Energie von diesem Wutzustand und ich nehme das als einen Schubs meine eigene Vision und meine eigene Realität zu gestalten in einem positiven Sinn und man lernt aus dieser Sache zu erkennen dass das letzte Mal wo dieses wo dieser Idiot da stand und mir diese Lüge erzählt hatte und viele von uns wussten dass das absolute Lügen waren und einfach Übertreibungen und das ist jetzt auch nachhinein bestätigt worden das waren absolute absichtliche Übertreibungen und wir als Menschen wir spüren sowas natürlich in unserem Herzen in unserem Bauchgefühl wir wissen dass das das ist eine Lüge und was haben wir getan wir haben in Angstzustand leider gegen unsere Schöpferkraft mitgemacht und der Unterschied jetzt ist zu sagen ich habe das erkannt ich habe dann zum letzten Mal mitgemacht weil das ist absolut Betrug gegenüber mich und gegenüber der gesamten Gesellschaft und ich erkenne ich nehme die Energie jetzt von diesem Boot und ich investiere das in mich selbst in die Zukunft zu erkennen wenn das nächste Mal ein Versuch gemacht wird um mich anzulügen dann werde ich einfach nein sagen und dann werde ich das mit so einer Sicherheit sagen und dass es eigentlich sogar einen Einfluss auf die ganze Zeitlinie hat das gibt ja auch einen Ausdruck dass wir Frequenzanker sind und es gibt diese Hawkins Skala wo erzählt wird von Gwen Dyer zum Beispiel dass wenn eine gewisse Masse von Leuten diese höheren Bewusstseinsstände erreicht hat dass es sogar in die gesamte Gesellschaft hinaus geht und mehr und mehr Leute auch beeinflusst so wie der hundertste Affe-Effekt und es gibt ja ganz viele Leute die sind vielleicht nicht ganz so weit wo sie vielleicht hinaustreten und proaktiv werden aber sie wissen schon dass da nichts stimmt und sie können passiv auch handeln indem sie sagen nein und wir können uns gegenseitig den Mut machen diesen Strich zu ziehen und in so einem Bewusstsein in diesem Sinn zu fördern höheres Bewusstsein in der Gesellschaft zu fördern und dann stirbt die negative Zeitlinie ganz von alleine aus weil wir gehen nicht mehr in Resonanz damit und es ist wie eine Pflanze ich habe dann öfters dieses Beispiel gegeben wenn die Pflanze nicht mehr Licht und Wasser und Dünger bekommt was passiert die stirbt aus und das funktioniert in beiden Fällen also wenn die WEF und ihre transhumanistischen Pläne weiter gefördert werden und die Massen der Menschen glauben an diesen Scheiß dann geben sie gehen sie in Resonanz und geben die Energie zu diesen Leuten zu ihrer Zeitlinie und das ist was wir eigentlich unbedingt und das wünsche ich mir und deshalb bin ich ja draußen irgendwie auf dem Kriegspfad den Leuten das irgendwie zu erklären und zu erzählen und einfach zu machen aber als peaceful warrior als peaceful warrior es geht nur so wir haben ja versucht mit Gewalt und wo hat es hingeführt ja forget it das bringt ja nichts also ich bin da voll deiner Meinung auch das mit der Emotion der Gedanke allein reicht nicht du musst eine Vision entwickeln das visualisieren und das mit einer Emotion verbinden als wenn es bereits geschehen war wie fühlst du dich wenn es dann passiert und dann kriegt es unheimlich Kraft da kennen wir ja Joe Dispenza und so viele andere die das mittlerweile nachgewiesen haben und ich bin der Meinung es gibt schon gemeinsame Ziele die wir alle gleich haben und die müssen wir nur gemeinsam erforschen weil ich stoße da auch in der alternativen Szene immer wieder auf diesen Gedanken aber ich gehe davon aus zum Beispiel hier wir wollen doch in Liebe miteinander leben wir wollen in Harmonie mit allen Menschen leben wir wollen gesund sein also ich könnte dir zehn Sachen aufzählen wo wir gemeinsam eigentlich dran arbeiten können und die alle aus der alternativen Szene und auch die die jetzt schon rausbrechen in dem Mainstream die auch schon anfangen zu berichten zu sagen hey das sind die Ziele die wir wollen insgesamt für die gesamte Bevölkerung die Menschheitsfamilie sozusagen und wenn wir das visualisieren könnten und miteinander mit Emotionen verbinden und das gemeinsam raustragen dann haben wir unheimlich Power und verändern die Zeitlinien lass uns jetzt noch mal auf dieses Zeitlinien-Thema kommen gibt es denn diese Geräte oder dieses Gerät noch oder was ist damit passiert also es wird in den Unterlagen die man findet so und in meinen Forschungen und das was ich dann halt im Webinar vorgestellt hatte also das gibt ja Aussagen dass sie das jetzt ausgeschaltet haben dass es demontiert wurde aber gleichzeitig hört man dass es nicht das einzige Gerät und ich höre das auch durch andere Quellen die Ähnliches erlebt haben auch in Deutschland und in Russland also ich gehe davon aus dass es mehr von diesen Geräten gab weil es waren ja Baupläne die gefunden waren und nicht ein Gerät und die Baupläne die haben sich sicher verbreitet und mittlerweile wissen wir auch schon dass die die ganzen die Anlage bei CERN möglicherweise das ist eine Theorie für mir jetzt aber die ist auch man kann sie auch schon unterstützen mit was da abgeht dass die CERN-Anlage in sich selbst eine Art Looking Glass geworden ist nicht nur sieht es so aus wenn man die Energie da sieht diese Plasma Aktivitäten und wenn man sieht mit welcher Energie die da arbeiten und wie das funktioniert mit dieser Schleife und so weiter diese Hochgeschwindigkeitsschleifen das ist ja nichts anderes als eine große Makro-Version von der Miniatur-Version von dem Looking Glass das uns durch die Aufzeichnung in der Whistleblower dargestellt wurde also und wir wissen auch schon dass die also mit den Aussagen der Wissenschaftler schon zurück zu 2006 und auch der Bertolucci der Leiter der Forschungsleiter bei CERN hat ja selbst in seinen Aussagen 2016 gesagt dass sie dort Tore öffnen und andere Dimensionen hineingreifen und was herleiten und durchschicken das ist eigentlich nichts anderes als was die mit Looking Glass auch erreicht haben und so sehe ich dass CERN eine Technologie ist die möglicherweise die Fortsetzung oder die Erweiterung von Looking Glass Technologie in der modernen Zeit geworden ist ja das heißt es gibt auf dieser Ebene so viele Dinge von denen wir nichts erfahren ich meine schau mal das Internet war plötzlich irgendwann da für alle aber das wurde ja schon 20, 30 Jahre vorher erfunden bei CERN übrigens ja das muss man sich doch einfach mal vorstellen also natürlich Theorie wir wissen nicht wirklich was wirklich ist und was die Wahrheit ist aber wir können eins und eins zusammenzählen und wenn man das allein an dem Internet was plötzlich für jeden Zugriff auf Sachen in Amerika wir können miteinander sprechen ich bin in Mallorca du bist in Deutschland ey das ist doch ist doch alles irre und die sind ja jetzt auch schon wieder 20, 30 Jahre vielleicht sogar noch weiter und haben Technologien für verschiedene Dinge und Möglichkeiten und diese Massenbeeinflussung mit KI wo plötzlich Interviews verfälscht werden wo wir überhaupt nicht mehr wissen ist das alles überhaupt wahr was wir sehen ja und das ist ja absichtlich gewollt ja ist das vielleicht in der Ukraine ist da zwar ein Konflikt aber nicht in dem Ausmaß wie sie es uns zeigen oder ist es noch viel schlimmer das kann ja auch sein also sprich das Problem Wahrheit zu finden und rauszukriegen ist schon ein Problem für sich weil wir ja nicht mal unsere eigene Wahrheit wirklich kennen weil es ja im Kopf durch diese Hypnosen die stattfindet Glaubenshypnose nenne ich es jetzt mal wir wissen eigentlich nichts aber wir müssen immer reingucken wo was fühlt sich wie für uns an kann das sein ist es wirklich wahr oder eher nicht und was sind die Resultate und an ihren Taten kann man es messen da siehst du ja das kann nicht so gut sein was da so läuft insgesamt ja das hast du absolut gut gesagt und man kann eigentlich nicht wissen wenn man nicht persönlich vorhanden ist und vor Ort ist ja also das fand ich interessant bei der Ukraine Geschichte zurück zu bevor ich sogar überhaupt die Looking Glass Guardians gefunden habe da war so ein Typ aus Irland ich glaube es war so ein Doorman so ein Club Bully der vor der Tür steht und schützt der ist auf eine mit seinen letzten 50 Euro auf den Zug gestiegen und nach Ukraine gegangen am Anfang des Krieges und ist nur rumgereist und diesen verschiedenen Städten wo an den Nachrichten stand dass da große Aktion war hat er mit seinem Handy aufgezeichnet da war gar nichts los Udo ja und das war einfach der Beweis dafür dass da eine Narrative lief und man hört über China und Kriegsübungen und so weiter meine Erfahrungen durch meine Lebenserfahrungen in die Welt zu gehen habe ich gemerkt es ist immer halb so schlimm als was es dargestellt wird und der andere wichtige Satz den du gesagt hast ist bei den Resultaten und das ist auch ein wichtiger Satz für mich weil ich eben nicht vorhanden sein kann überall aber ich zähle Realität auf Basis von den Früchten jetzt du kannst aus du kannst aus den Früchten von Menschen und Fakten und Agenten und Versprechungen kannst du sehen was wahr ist einfach zu sehen also wenn wirklich ein Staat für das Volk etwas Gutes tun will dann kannst du innerhalb von wenigen Jahren wenn das durchgesetzt wird und gewollt ist kannst du die Resultate schon sehen ja und in dem Sinn dass wir eigentlich nicht nur Negativ und Idioten und Blödes in der Welt wollen müsste man eigentlich schon in der Welt sehen Beispiele von wo ganze Länder gewisse Probleme gelöst haben und hochkommen und technologische Probleme lösen Umweltverschmutzungsprobleme lösen Energieerzeugungsprobleme lösen aber sieht man das in der Welt eigentlich sieht man es nicht man sieht nur was man in den Nachrichten und diesen kleinen Fenstern auf dem Internet sieht und zum größten Teil sind das negative Sachen obwohl das vielleicht überhaupt nicht der Fall ist und deshalb Amin was du vorhin gesagt hast über diese gemeinsame Vision für mich ist das die Karre vor dem Pferd also ich glaube wenn wir uns in diesem Zustand bringen wo wir Nein sagen und Schluss sagen mit diesen Lügen indem wir unser Bauchgefühl und unser Herz einsetzen und Menschenverstand und sagen nee das mache ich dann mache ich nicht mehr mit dann fallen langsam diese negativen Agenten weg und man gibt Möglichkeit und Frucht den Boden und eine Sicherheit für Erfinder von neuen Technologien und neuen Wahrheiten vielleicht sogar uralte Wahrheiten die noch gar nicht wirklich Frucht Boden gefunden haben in die Welt wo dann wirklich die Gesellschaft plötzlich sich wandeln könnte und da müssen wir noch hin also das müssen wir noch realisieren weil sonst sind wir in dieser Opferlage wo sind immer nur Opfer der Circumstances absolut absolut ich möchte aber trotzdem noch dazu sagen in der Ukraine da gibt es sicherlich sehr viele Tote und wir wollen das auch nicht schmälern nein das will ich auch nicht schmälern das muss ich auch sagen das wollte ich auch nicht damit sagen ja aber leider leider leiden immer nur die also wir in der die Normalbürger die in der Ukraine sind sind diejenigen die leiden der Zelensky du kannst dir gut vorstellen macht gerade ein wahnsinns Bombengeschäft für sich und seine Kumpels das ist leider so im Krieg gibt es immer Gewinner die ganz oben sind und wie hat mal einer so schön gesagt ich würde Kriege sofort beenden wenn ich die 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 Kriege organisieren deren Kinder direkt an vorderste Front schicken würde das wird aber nicht passieren denn es gibt einfach denke ich mal Mächte die das steuern die sagen so läuft so läuft so läuft und da laufen Sachen im Hintergrund die werden wir nie erfahren wir werden auch jetzt nicht alles erfahren weil es wird immer einen diplomatischen Ausweg geben wo alle ihr Gesicht wahren können stell dir mal vor das Thema Wuhan mit dem Virus was jetzt nach drei Jahren gesagt wird ja der kommt aus dem Labor ganz sicher sagen die Geheimdienste in Amerika da haben sie uns ja vor drei Jahren gesteinigt denunziert und was auch immer aber die Wahrheit wird nie auf den Tisch kommen weil sonst würde das heißen jetzt müssen wir gegen die und die vielleicht in Krieg ziehen oder die gegen die anderen man müsste handeln und man müsste Rechenschaft haben also das ist das heißt Accountability auf Englisch das ist auch ein wichtiger Punkt den du gerade anstreifst weil wenn die Gesellschaft für Jahre und Jahrzehnte lang immer nur diese bösen Charakter und Akteure sieht und man zieht keine Rechenschaft ja die werden nicht zur zur Rechenschaft gezogen und zur Verantwortung gezogen dann verliert man auch irgendwie im Körpergefühl die Hoffnung dass irgendwann doch alles gut wird weil die schlechten Akteure ziehen weiter und auch das was wir über Wuhan und Labors jetzt erfahren das ist auch Disinfo da geht es weniger um das Virus weil da geht es wieder um Virus und all die über Virus reden wir wissen ja die von uns die schon mehr über Virus und Gesundheit wissen es gibt ja schon viele die uns bewiesen haben dass Viren überhaupt noch nie erkannt wurden es gibt was ist ein Virus das können ja das ist ja das ob das jetzt ein Abfallprodukt ist oder wie auch immer sie nennen es Virus und es wird so genannt ist aber denke ich auch ein bisschen eine andere Baustelle aber das das Grundthema weißt du das jetzt dass da auch von Amerika Geld geflossen ist damit man das macht und das würde ja ein Chaos die Menschen würden sagen an was kann ich noch glauben ja in was kann ich noch Vertrauen haben eigentlich nur in mich selber und selbst da wird es ja bei vielen schon schwierig ja und das ist wieder der Kernpunkt wer bist du ja mir ist nochmal wichtig der Wahrheitsgehalt wir sprechen über Theorien wir sprechen über Ergebnisse wir sprechen über Resultate aber wie hoch schätzt du den Gehalt ich meine du forschst natürlich an diesen Sachen aber wie hoch schätzt du das ein dass es tatsächlich alles so ist wie wir das hier so erzählen also ich bin durch meine eigenen Forschungen und meine Bewusstseinsarchäologie vielleicht etwas näher an der Wahrheit als die die das noch nie gemacht haben und wir sind alle man muss ehrlich gestehen wir sind alle so wie Ameisen der irgendwie am hinten am Elefantenschwanz rumhängig und wir glauben wir wissen was der Elefant ist ja wir stolpern alle nur blind in der Dunkelheit darum aber dadurch dass wir anfangen und versuchen jetzt mal gewisse Sachen zu erkennen brechen wir langsam in einen Zeitalter hinein wo mehr und mehr Wahrheitsgehalt einfach überleben wird aufkommen wird man kann die es wird ja gesagt man kann die Wahrheit ja nicht für immer und ewig vergraben sie wird irgendwann hochkommen und man sieht vieles was in der Welt gerade es gibt so viele Informationen die jetzt gerade aufkommen ganz viele ganz ganz viele Theorien und Verschwörungstheorien und Informationen Tartaria und was weiß ich alles noch und ich glaube momentan dass das teilweise auch eine Strategie ist zur Ablenkung weil man dann überhaupt so überflutet ist von Informationen dass man da auch nicht mehr weiß was die Wahrheit ist und deshalb glaube ich eben Sachen wie auf deren Früchten kannst du sie erkennen einfach so Basisgeschichten kann man als Anfangsblock zu sehen und mehr in sein Herzgefühl einsteigen und zu sagen stimmt das für mich wirklich was ich da jetzt gerade erlebe und der Frank sagt so und so da höre ich mal rein es es resoniert das stimmt viele schreiben und sagen ja was ich sage ist für sie wahr aber ja vielleicht bin ich falsch aber dann können wir es ja gemeinsam korrigieren wir sollten ja nicht so übermütig sein dass wir glauben dass wir jemals die hundertprozentige Wahrheit haben aber wir sind wir arbeiten dran und wir wollen an die Wahrheit und das ist was ich will nichts anderes ich will nur an die unzentrierte unfiltrierte Wahrheit um dann meine eigene Entscheidung genau auf Basis von Tatsachen zu machen und nicht von Verführungen durch Lügen und Halbwahrheiten sind auch schlimmer da bin ich dir dankbar für weil das ist auch so meine Denkweise die ganze Wahrheit wie gesagt die werden wir wahrscheinlich nicht erfassen weil wir den riesen Elefanten den können wir nicht greifen im Moment noch nicht und was ich aber im Moment sehe und wahrnehme ist dass es irgendwie zwei parallel arbeitende Kräfte gibt einmal die hellere Seite einmal die dunklere Seite auch auf Regierungsebenen ob man die Whiteheads oder Blackheads oder was auch immer kann man nennen wie man will aber scheinbar passiert was weil sonst würde die Aufdeckung in so massiver Form wie sie schon in Amerika passiert und wie sie jetzt auch langsam in Deutschland anfängt sonst würde das so meines Erachtens nicht passieren und wir sehen dass Indien China mit Russland und selbst Arabien und so weiter die arbeiten zusammen und sagen Moment wir kennen eine andere Wahrheit und der Westen sagt ne die Wahrheit ist nicht also auch dort sieht man schon Wahrheit die sagen so die sagen so ja wer hat ein Recht also dass jeder ist quasi aufgerufen nachzudenken nachzurecherchieren was ich total spannend fand vielleicht hast du da mir auch noch einen Impuls als ich da das vor drei Wochen anfing in den Themen zu stöbern da kam auch plötzlich der Weltuntergangsjet eine Boeing 707 die Looking Glass heißt der sei jetzt in Europa gelandet und das hat mich dann doch schon irgendwie fasziniert kennst du da was drüber ja also das ist wie sie es verwenden also das zum Beispiel oh wo ist es habe ich jetzt nicht gelaufen aber es gibt so ein Project Looking Glass Case Study bei Microsoft und das ist genau dieses Social Network Analytics und Social Media Programming wo sie dann einfach uns dran gewöhnen wollen in einer gewissen Art so zu handeln dass wir Social Credits bekommen das nennen die auch Looking Glass und das sind so für mich ganz also man sieht das immer wieder und das letzte war eben dieses Flugzeug das hergebracht wurde und das heißt Looking Glass ja natürlich also das ist so wie man die Wahrheiten der Öffentlichkeit versteckt ob es jetzt direkt mit Looking Glass das Looking Glass verbunden ist das weiß ich jetzt nicht aber ich finde es ist schon eine interessante Tatsache dass es so genannt wird und das ist eine Art Tarnung in der Öffentlichkeit also man kann auch die Wahrheit in der Öffentlichkeit gut verstecken indem man solche Sachen einfach da platziert und dann wenn jemand wie ich kommt und sagt Project Looking Glass dann irgendeiner der dann in fünf Wochen aufwacht und sagt ja das ist doch ein Blödsinn es gibt ja der redet über dieses Flugzeug das ist einfach der irrt sich da und das so kann man das auch einsetzen ja es gibt so viele Möglichkeiten aber Karl Rove wollte ich noch sagen Karl Rove hat ja so ein interessanter Spruch gesagt der hat gesagt wir sind Empire also Imperium ja und diejenigen von euch und er redet jetzt mit einem Journalisten der versucht aufzudecken er hat gesagt diejenigen von euch die die Wahrheit nachgehen also wir ihr kommt immer dann irgendwie zu den Brotkrümeln die wir hinterlassen haben aber sobald ihr da ankommt sind wir eigentlich schon da drüben ja und deshalb deshalb ist es man darf nicht zu viel in diesen Sachen nur für sich selbst investieren sondern man muss anfangen zu sehen was für ein Muster da läuft und deshalb es hat mehr mit den großen Veränderungen zu tun die du schon vorher angesprochen hast das sind Sachen die werden kommen wenn wir sagen wir lassen uns das in der Gesellschaft nicht mehr wir lassen die das nicht mehr machen und wenn genug von uns diese Schwelle erreichen die natürlich die ersten Sachen die hochkommen sind Energiebedarf ja wir brauchen eine andere Stromquelle also dass wir mehr in Harmonie mit der Umwelt treten dass wir mehr lokal handeln dass wir unsere eigene Währung und Kontrolle über unsere eigene Währung zurückkommen das sind alle solche Sachen die werden hochkommen und das sind große Tendenzen und das sind die Sachen das sind die Technologien die eingesetzt werden von der anderen Seite um uns weiterhin zu manipulieren und deshalb sollten wir nicht auf die einzelnen Taten so viel Fokus machen und stattdessen sollten wir Ausschau halten für diejenigen die diese großen Sachen einleiten und dann dazustehen und momentan in der Politik in der Welt und in der WEF sehen wir natürlich nur dieses ESG like Environmental Social Governments als großes Programm das die da einbringen wollen aber das führt uns zu Transhumanismus und das ist nicht der richtige Weg weil das zieht uns weg von unserer biologischen Souveränität dass wir als souveränen biologischen Wesen einen Weg zu gehen haben noch wir haben noch Sachen zu realisieren als menschliches Bewusstsein als geistiges Erbe das eine Art Bauplan gibt für uns im ganzen Kosmos dass wir einen Aufstieg machen in eine ganz andere Ära von Bewusstseinsgraden das haben wir noch nicht erreicht dahin müssen wir und das ist das was auf uns zukommt deshalb ist es jetzt gerade so kritisch das ist richtig so ein Krieg zwischen Zeitlinien die transhumanistische Zeitlinien könnte dazu führen wenn wir uns nicht sagen jetzt ist Schluss in den nächsten 20 Jahren eine Generation ist es möglicherweise aus für uns Udo das müssen wir uns schon bewusst machen leider interessant ist immer wenn ich mir schon die Frage im Kopf formuliere hast du schon wieder einen Teil beantwortet von dem was ich gerade im Kopf habe aber wir haben da ich bin telepathisch die aktiviert werden Chancen Risiko lass uns die Menschen noch ein bisschen schocken Chancen Risiko dass sich die eine Zeitlinie oder die andere verwirklicht gibt es da irgendwelche Berechnungen oder irgendwelche Aussagen also ich wenn ich jetzt mich auf die Berechnungen von den Looking Glass Guardians beziehe dann sagen die es ist eine 96% Chance dass die negative Zeitlinie sich durchsetzt im Vergleich zu die 4% von der guten Zeitlinie es war aber schon länger her diese Berechnung das ist schon ein Jahr her und ich glaube wir haben auf jeden Fall etwas bewirkt allein dass wir dieses Event am 18. April sicher verhindert haben haben wir schon etwas verändert und ich glaube je mehr von uns zu diesem souveränen Bewusstseinsstand kommen und je mehr von dieser Frequenz wir verankern je besser werden diese Prognosen und das ist man kann auch sagen das ist vielleicht auch sogar ganz schnell kippen könnte es sieht vielleicht aus ganz ganz dunkel im Raum aber dann zündest du nur eine Kerze und der ganze Raum wird sichtbar und deshalb glaube ich dass Licht Energie und eine höhere Frequenz Energie also ein höheres Bewusstsein hat ja auch mit mit Frequenz eine Qualität zu tun das also alleine wenn ich jetzt das Beispiel mache von Audio oder Video wenn du pro Sekunde 120 Bilder siehst ist das flüssig im Vergleich zu 12 Bilder pro Sekunde dann ruckelt es ja und die Bewusstseinsebene der höheren Level der Frequenz ist eine feinere Energie es ist eine höhere Frequenz und das cancelt die niedrigen Schwingungen auch aus und wir stehen drüber und deshalb ich glaube es würde eher so funktionieren könnte auch tatsächlich ganz schnell passieren und wir sollten eigentlich daran glauben auch wenn wir uns das einbilden ich kriege ja immer Kritik neulich dass ich dieses Wort nehme einbilden ja weil ich aus Amerika komme und ich nehme die Wörter einfach wie sie für mich du könntest sagen ein Bild machen du machst hier ein Bild eher visualisieren statt dieses negative Besetzung des Wortes Einbildung ist ja eine Fantasie es hat ja keine Basis in Realität aber wenn du es umdrehst und siehst einfach nur was das Wort eigentlich bedeutet einbilden heißt wir machen uns ein Bild und auch wenn es ein fiktives Bild ist wenn wir Emotionen dazu geben dann geben wir es Schwingung dann verankern wir die Realität dass es tatsächlich passiert und diese Einbildung könnte sein wir wachen als Menschheit auf und wir werden uns bewusst was da wirklich draußen abgeht das gegen unsere Souveränität anstoßen würde und wir lassen das nicht mehr zu und das würde schon viel bewirken und ich glaube man sollte sich nicht auf Zahlen und Prognosen und Möglichkeiten beziehen ich hatte so vor anderthalb Jahren war auch so eine Phase mehrere Monate wo ich das Gefühl hatte das wird nichts mehr wo anscheinend auch die Chance relativ schlecht stand und dann jetzt plötzlich seit den letzten vier, fünf Monaten gibt es so einen riesen Schub wo man wirklich auch spürt und das Gefühl hat da läuft ein Drehbuch ab als wenn da tatsächlich Schachspieler am Spiel sind und Menschen die anderen in die Falle locken die dann wieder zugreifen und dann wird was veröffentlicht und plötzlich berichtet Fox News über diesen den Sturm des Kapitols was überhaupt nicht stimmte weil die die Bilder jetzt erst freigegeben hatten also anscheinend ist da so viel im Fluss und jetzt habe ich so ein richtig geiles Gefühl dass wir das schaffen können und das ist auch das wo ich zum Schluss kommen möchte diesen Aufruf wir haben es in der Hand wir können es verändern wie du es sagst das einbilden ich sage mal visualise visualisieren macht euch ein Bild der Zukunft verbindet das mit einer Energie mit einer Emotion und träumt davon und lebt es also ich habe ja hier meine T-Shirt und Hoodie Serie mit Love and Happiness und da habe ich noch Freedom dabei ich habe ja mal ein Lied geschrieben Love, Freedom, Happiness das ist so das wo ich die Leute aktivieren möchte und tanzen auch mal wieder in eine freie Emotion ohne Angst zu kommen und dann diese Worte die wir hier so sagen im Hinterkopf zu haben sagen hey ja wir sind jetzt standhaft wir ziehen es durch kriege auch Gänsehaut wir verändern die Welt und zwar so wie wir es wollen und das ist so für mich einfach so von meiner Seite mein Schlusswort was wäre denn dein höchster Wunsch wenn du jetzt hier du sprichst ja jetzt für Millionen Menschen und was könntest du denen da noch zum Abschluss sagen also wir haben das Glück dass wir uns über solche Themen noch unterhalten können und das freut mich aber es kommt noch etwas dazu also nicht nur dass es dazu führt dass diejenigen die hier durch inspiriert werden in eine höhere Schwingung kommen und dass wir das herleiten dürfen durch unsere Unterhaltung und durch unsere Wahrnehmung vom Universum aber das Schlüsselwort hier ist Universum und das Universum will selber dieses Erfolgserlebnis haben und was rauskommt mit dem Looking Glass ist dass die Informationen die von der Interaktion zwischen Mensch und Zukunftsmensch kommt uns die Bestätigung gibt dass das was dass das irgendeinen Punkt geben wird in der Zukunft und da sind wir interessanterweise genau jetzt angekommen wo die Energie nicht nur also mit unserem Bewusstsein zu tun hat sondern das Kosmos selber und wo unser Planet positioniert ist und Kosmos ist hoch eine hochenergetische Stelle das ist etwas das ist Neuland und wir werden im Augenblick vom Zentrum unserer Galaxie von Strahlungen und Frequenzen beeinflusst das uns fast als Art kosmisches Spiel beeinflusst und positiv die Werkzeuge oder die das Stoff gibt um sagen wir jetzt die Werkzeuge die schon in unserer Biologie vorhanden sind wie zum Beispiel Zirbeldrüse oder unser Gehirn ist ja ein Skalarwellen Empfänger also ein Interferometer also das sind wir haben in unserem Körper schon eingebaut die Sensoren die aus diesen extra Energien die jetzt gerade von uns auf uns zuschießen vom Zentrum der Galaxie die Möglichkeit das auszunutzen um diese Visualisierungen Kraft zu geben ist das ein Zufall es ist schon interessant so viele verschiedene Faktoren die das Magnetfeld der Erde baut ab die Strahlungen nehmen zu die Sonne hat einen neuen Zyklus angefangen und hat momentan ein Quadropol was heißt es schießt noch mehr Energie auf uns zu ist das alles ein Zufall oder ist das eine kosmische Orchestrierung um uns zu sagen hey Leute ihr könnt jetzt diese Energie nehmen um diesen extra Schub zu bekommen weil das Universum will ihr selber das Erfolgserlebnis haben aus diesem Zyklus von Hochkommen und Vernichtung der Kultur was man natürlich historisch belegen kann hinauszukommen dass wir diesen Zeitloop mal endlich brechen und die J-Rals Zukunftsmenschen haben uns das sogar gesagt dass das passieren könnte auf eigenes Risiko dass sie dann zu ihrem eigenen Zeitfluss nicht mehr zurück können weil sie das so sehr wollen ja und ich glaube wir müssen das alles so sehr wollen und je mehr wir das wollen nicht indem wir es wegschieben aber indem wir uns zulassen dann werden wir ich glaube dieses Erfolgserlebnisse in den nächsten fünf Jahren muss man sagen also okay sagen wir zwei drei Jahre wird dann die Sonne zum Höhepunkt diesen neuen Zyklus kommen und wenn jetzt schon die Energie auf dem Höhepunkt der Energie war dann heißt es möglicherweise in den nächsten drei vier Jahren ist die Energie so hoch dass wir tatsächlich etwas erleben das die Menschheit noch nie erlebt hat und das ist vielleicht das Signal das wir annehmen um zu glauben und einzubilden und aktiv zu werden diese neue Welt herzuleiten also ihr seht liebe Freunde liebe Zuschauer die ihr jetzt durchgehalten habt es ist durchaus positiv zu sehen wir kriegen einen riesen Schub und je mehr wir dafür tun jeder für sich persönlich können wir dieses Ziel erreichen und können das unterstützen und können dann auf eine einfach tolle Zukunft bauen und das ist eigentlich das Positive und deswegen ich danke auch dir Frank für deine Arbeit die du schon so viele Jahre machst du hast zwei tolle Filme mehrere tolle Filme gemacht aber Solar Revolution Packing from Mars du hast ein tolles Webinar gemacht ich werde das unten alles verlinken lasst einen Daumen da abonniert den Kanal auch Frank hat einen tollen Kanal ich schreibe das alles unten rein ich freue mich ganz tolle und ich hoffe wir werden in einem halben Jahr nochmal sprechen vielleicht auch früher vielleicht haben sich da wahnsinnige Sachen ereignet und wir sind plötzlich bei 90% angelangt und irgendwann haben wir die 100% erreicht und können das leben was wir wirklich wollen danke fürs einschalten toll dass ihr dabei wart Frank ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und weiter so und dranbleiben bei 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 mit